Servus zusammen. Im heutigen Video werden wir das letzte Teil in unserem Wohnzimmer vollenden. Und zwar, ihr seht sehr, da hinter uns ist ein riesengroßer Platz frei. Aber was es ist, erzählen wir euch jetzt. Mein Name ist Tobi. Seit vielen Jahren begeisterter Terriana, Aquaraner und Hundebesitzer. Heute Produkttester und immer auf der Suche nach den neuesten Ideen. Durch meine Videos könnt ihr mit mir die Produkte testen und entdecken sowie aus meinen Erfahrungen, Tipps und Fehlern lernen. Begleitet mich und meine Tiere durch die spannende Tierwelt. Wir werden das Video alles ein bisschen in dem Vlog-Style wieder machen, da es für mich einfacher ist, das Ganze zum Filmen einfach zu verfolgen. Denn die Kamera ist kleiner und da brauche ich zu Angst haben, wenn ich mit den ganzen Geräten umhantiere und da mal ein Staub draufkommt und aber dann zum Schluss werden wir auf jeden Fall mit der großen Kamera alles euch mal genauer zeigen und besser filmen. Auf jeden Fall, ihr seht da, hinter mir ist noch ein riesengroßer Platz frei. Der ist nicht umsonst frei. Diesen Platz brauchen wir jetzt. Denn da hinten werden wir jetzt alle zusammen ein XL oder XXL Terrarium für unseren Lego anbauen. Und das Holz für das ganze Terrarium haben wir schon draußen. Das werde ich dann gleich einmal zeigen. Geplant ist das Ganze schon so gut wie. Ich muss jetzt bloß noch da oben unseren grünen Streifen ein bisschen verkleinern. Da einmal rausputzen und dann werden wir schon anfangen mit das Zerschneiden von die Holzplatten. Wasser pass. Wasimerk 항 mouth. Bis zum nächsten Mal. No, it'll never be I don't wanna let myself down, myself down I don't wanna let myself down, myself down I won't run, run away, I don't have to plan it I can go, change my fate, you won't understand it All alone, that's okay, people I can't stand, man They don't want me to change, keep me where I'm standing And I don't wanna be where I am And I want something more, take a chance It could be possibly my last dance, my last dance And I don't wanna let myself down, myself down I don't wanna let myself down, myself down So, die ersten Platten haben wir vorgeschnitten Das was ihr hinter uns seht oder hinter mir seht, ist unser Himmel sozusagen Und das heißt, wir müssen da unsere Vorrichtung machen, damit wir unsere Lampen drauf bauen können Und dann verwenden wir die Reptile Dome von Exoterra, die sind eigentlich ganz cool, weil die können wir oben drauf stellen Denn der Plan ist, wir machen da jetzt Löcher rein, dann kommt von oben ein Gitter drauf und da werden die Lampenschirme oder Lampenhalterungen dann oben drauf gestellt Und somit ist im Terrarium so gut wie gar nichts, das wollen wir schauen, damit das Ganze wirklich so schlicht und schön wie möglich bleibt Das heißt, anzeichnen, ausschneiden und weiter geht's Outro 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020